Hallo und herzlich willkommen zur 13. Etappe der Tour de France von Gaillac nach Cap Découvert. 13. Etappe, wie gesagt, 46,6 Kilometer und ihr wundert euch vielleicht, warum so wenig? Antwort, ganz klar, weil... Genau, deswegen. Was zur Hölle? Nein, natürlich, die Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Heute in der Einzelzeit fahren und dementsprechend Top-Favorit für dieses Zeitfahren, Jan Ulrich, der damals bei diesem Zeitfahren sage und schreibe eineinhalb Minuten auf Lance Armstrong rausgefahren hat und damit richtig nachankam an den Amerikaner, so lange wie sonst nie. Michael Rich, ebenfalls einer der Top-Favoriten für heute. Auch Lance Armstrong selbst zählt zu den Favoriten, genauso wie Levi Leibheimer, momentan Dritter in der Gesamtwertung, also ein heißer Kandidat auf den Tour de France-Sieg aktuell. Santiago Botero, immer ein Favorit natürlich im Zeitfahren. Uwe Peschel, David Miller, Isidro Nossal, auch er, super Zeitfahrer, Tyler Hamilton und Michael Rogers. Wir sehen uns gleich auf der Strecke. So, da sind wir also auf der Rennstrecke. Sébastien Chabanel ist der erste Fahrer, der heute von der Startrampe geht. Lange her das letzte Zeitfahren, ne? Wir hatten ja gleich zwei am Anfang. Einmal den Prolog und einmal das Mannschaftszeitfahren. Und seitdem ist ja nicht mehr viel gewesen. Sébastien Chabanel, also jetzt erster Starter hier bei diesem Einzelzeitfahren. 175. Selser mit drei Stunden, 15 Minuten Rückstand. Hat ja die letzten Tage über immer wieder Probleme gehabt. Ach, außerhalb des Zeitlimits. Okay, hier werden aus irgendwelchen Gründen alle angezeigt. Aufgabe gab es auch ein paar leider, die das Rennen aufgegeben haben. Und dann eben Sébastien Chabanel vor Thorsten Wilhelms. Der kommt dann als nächstes. Juan Miguel Coenca von Kelme ist dann der nächste Fahrer, der sich auf die Strecke machen wird. Und dann schauen wir mal, ab wann wird es denn so richtig interessant. Ich denke mal ab hier so dem Bereich, ne? Denn es ist Mensch, da geht es ja auch um die Nachwuchswertung. Die wird heute auch vielleicht interessant werden. Denn da ist es ja momentan immer noch ein Ibanesto-internes Rennen bei dieser Wertung. Und wir gucken natürlich mal auf die Gesamtwertung. Denn da könnte es ja heute durchaus was geben. Also Lance Armstrong führt nach wie vor diese Tour de France an. Alexander Vinokurov mit 43 Sekunden Rückstand. Das ist natürlich kein großer Abstand. Das ist ganz klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Vinokurov heute das gelbe Trikot übernimmt, ist dann doch sehr gering. Denn er ist im Zeitfahren ein deutlich schlechterer Fahrer als Lance Armstrong. Also für Vinokurov geht es eher darum, heute nicht zu viel Zeit zu verlieren. Levi Leibheimer auch bombig platziert. Nicht ganz eine Minute Rückstand. Auf Rang 3 liegt der Amerikaner momentan. Guter Zeitfahrer. Also er kann sich heute Hoffnung machen, den Kasachen zumindest mal einzuholen. Und wenn alles glatt läuft, wenn alles wirklich perfekt läuft für Leibheimer, könnte er vielleicht auch am Texaner Armstrong vorbeiziehen. Vierter dann Santiago Botero. Zeitgleich mit Tyler Hamilton. Santiago Botero starker Zeitfahrer. Hamilton ebenfalls kein schlechter Zeitfahrer. Aber die haben natürlich einen riesigen Abstand auf Armstrong. Also für die wird es heute darum gehen, ein bisschen was gut zu machen. Auf den Amerikaner im besten Fall ordentlich Zeit aufzuholen. Genauso für Jan Ullrich. 3 Minuten 5 sein Rückstand. Damit ist er natürlich noch nicht komplett aus dem Rennen. Aber er muss jetzt schon viel, 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 viel zeigen, um da wieder ranzukommen. Denn 3 Minuten, das ist ordentlich. Und wenn er einen Vorteil hat, den ganzen anderen, die noch vor ihm sind, gegenüber, dann ist es das Einzelzeitfahren. Und da muss er heute seiner Favoritenrolle gerecht werden und richtig reinhauen. Das ist klar. Dann haben wir Joseba Beloki. Den Basken aus der Onze-Mannschaft. 6 Minuten sein Rückstand. Auch nicht so ein bombiger Zeitfahrer. Von daher Schadensbegrenzung ist das Ziel. Simoni, gar kein guter Zeitfahrer. Isi Drohner-Sal, der zählt ja heute auch zu den Favoriten im Einzelzeitfahren. Das ist vielleicht schon eher jemand, der hier, ja, eine ganz gute Zeit aufs Parkett zaubern kann. Jetzt schauen wir gerade mal, wer ist denn hier so unterwegs. Es startet der 82. Ja, von daher haben wir noch nichts verpasst. Also Nossal, eventuell jemand, der heute ein paar Plätze gut machen kann. Gerade wenn ich halt Beloki und Simoni anschaue. Also auch der interne Onze-Eroski-Machkampf ist da noch nicht entschieden. Manzebo will Platz C mit Sicherheit behalten. Ob er das schaffen wird, sei mal dahingestellt. Wird heute auch für ihn nicht einfach. Iban Mayo, auch bei ihm. Die Tour de France läuft bislang nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. In echt war er zu diesem Zeitpunkt wesentlich besser platziert. Da war er eher so hier in diesem Bereich. Jetzt ist er Elfter mit 6 Minuten 49. Und er muss damit rechnen, dass heute nochmal ein bisschen was draufkommt. Klöden, kein so schlechter Zeitfahrer, aber jetzt auch nicht überragend. Mouraud, dasselbe. Julik, ja, geht so. Galdiano ist okay. Basso, Magui fährt hier immer noch relativ weit vorne mit. In der Gesamtwertung könnte heute auch wieder mit einer guten Zeit vielleicht ein paar Sekunden gut machen und ein paar Plätze gut machen. Floyd Landis haben wir dann, Cadell Evans, Acevedo, Subeldia, der ist okay im Zeitfahren. Savoldelli ist okay. Und dann eben, wie gesagt, auch der Kampf um die Nachwuchswertung. Dennis Menchow führt dort ja momentan. Und Mercado ist Zweiter, der ist aber im Zeitfahren deutlich schlechter. Victor Kamp, äh, Wladimir Karpetz ist da schon etwas besser. Aber wahrscheinlich wird es da auch keine Probleme geben. Sastre, auch für ihn läuft die Tour de France alles andere als perfekt. Wird da mit Sicherheit nicht zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf. So, aktueller Stand. Michael Rich führt in diesem Einzelzeitfahren. Er hat für den Parcours eine Stunde, 5 Minuten und 28 Sekunden gebraucht. Aktuell Zweiter, Mikel Asta Loza von Ajeu Dessert. Dritter, Michael Rogers aus der Mannschaft Quickstep. Vierter, Uwe Peschel. Und fünfter, Thor Hüschhoff. Und hier starten schon Juan Miguel Mercado. Und die anderen. Vierter, Uwe Peschel. Dann Thor Hüschhoff, wie gesagt. Jetzt hat sich eh wieder was verändert. Kuz Murenhaut ist jetzt neuer Zweiter. Jan Ruska ist siebter, achter Antonio Taula. Hat sich schon wieder geändert. Didi Ruh fährt auf Rang 5. Und zehnt er jetzt aktuell Jan Kiersipu. So, wir warten jetzt nochmal die Besten ab. Dennis Mönchhoff, also weißes Trikot der Russe. Führende in der Nachwuchswertung. Mal schauen, was er hier hinbekommt. Heimas Subeldia mit Sicherheit auch enttäuscht von dem bisherigen Verlauf der Tour de France. Denn er war zusammen mit seinem Kollegen und Käpt'n vielleicht, Iban Mayo, mit Sicherheit auf bessere Platzierung eingestellt. Da wollten sie mit Sicherheit mehr erreichen, als das bislang der Fall ist. Heimas Subeldia bislang 21. Das ist natürlich alles andere, als das gelbe vom Ei. Victor Hugo Peña kommt jetzt zur ersten Zwischenzeit. Und ich glaube, ab jetzt machen wir mal die normale Zeit. Keine schlechte. 14 Sekunden langsamer als Michael Rich. Der auch im Ziel. Nicht mehr erster ist. Denn da ist Inigo Charot von Agereser deutlich schneller. Liegt wohl an den Anstiegen, die es hier zu bewältigen gibt. Die sind wohl nicht ohne. Dennis Menschhoff 1 Minute 16 langsamer als Michael Rich. Also sieht nach keiner guten Zeit aus für den Russen. Paolo Sabeldeli 26 Sekunden. Das ist okay. Und jetzt kommt eben Heimas Subeldia. Schauen wir mal, was der Baske hier auf die Straße bringt. Ordentliche Zeit. 9. 15 Sekunden Rückstand auf Michael Rich. Dann kommen hier einige Helfer. Bradley McGee, wie gesagt, sehr, sehr heimlich. Der Junge hat 73 am Berg. Absolut kein Rundfahrer. Aber momentan ordentlicher Platz 17. Mit 11 Minuten 36 Rückstand. Da kann noch einiges gehen für den Australier. Heute das Zeitfahren kommt ihm natürlich entgegen. Ivan Basso haben wir als Nächsten. Den jungen Italiener. 16. Platz bisher. Dann Jose Gonzalez de Galdeano. Igor Gonzalez, Entschuldigung. Das ist ein anderer, den ich da gerade im Kopf hatte. Spanischer Meister im Zeitfahren. Ist jetzt auch unterwegs. Bobby Julik, Muro, Klöden und dann auch Iban Maio unterwegs. Bradley McGee mit einer neuen Bestzeit bei der ersten Zwischenzeitprüfung. 7 Sekunden schneller ist er als Michael Rich. Also Bradley McGee will hier auf jeden Fall eine Kampfansage raushauen. Das sieht man doch deutlich. Basso jetzt. 39 Sekunden langsamer als Bradley McGee. Und damit hätte er virtuell schon mal seinen Platz an den Australier verloren. Der Galdeano kommt jetzt rein. 13. Platz. 29 Sekunden langsamer. Also das ist doch schon deutlich langsamer als der Australier. Bobby Julik jetzt. 7. Platz. 21 Sekunden. Also auch der Amerikaner ist gut unterwegs. Dann haben wir Christoph Muro. Die französische Hoffnung, wenn man so möchte. 2. Platz. 2 Sekunden langsamer als McGee. Also Muro scheint hier richtig was vorzuhaben. Der ist richtig, richtig schnell unterwegs bisher. Das sieht nicht schlecht aus. Jetzt kommt Andreas Klöden von Telekom. 16. 30 Sekunden. Iban Mayo. Jetzt der 11. In der Gesamtwertung also. Seine Stärke. Das sind die Berge. Das Zeitfahren gehört eher nicht so dazu. Mayo. 38 Sekunden langsamer als Bradley McGee. Bei der ersten Zwischenzeit. Als nächstes Francisco Mancebo. Von Ibanesto. Er ist 26 Sekunden langsamer als McGee. Dann kommt Isidro Nozal. Momentan 9er in der Gesamtwertung. Und wie gesagt. Der hat gute Chancen heute ein paar Plätze gut zu machen. Dritter Platz für Nozal. 4 Sekunden langsamer als Bradley McGee. Also der ist richtig schnell unterwegs. Giberto Simoni. Wird da wahrscheinlich nichts dagegen haben. Zumindest nichts dagegen im Sinne von. Er wird da nichts entgegenzusetzen haben. 55 Sekunden langsamer als McGee. Also Bellocchi. Der ist in der Tat langsam im Vergleich zu Nozal. Bellocchi. Jetzt im Ziel. Ordentliche Zeit. 14 Sekunden. Nur langsamer als McGee. Aber jetzt kommt Jan Ulrich. Und jetzt gucken wir mal, was der Deutsche drauf hat. Bestzeit. 18 Sekunden schneller. Als Bradley McGee. Das ist eine Ansage von Jan Ulrich. Tyler Hamilton jetzt. Platz 5 in der Gesamtwertung. Der CSC Kapitän. Er landet auch weit vorne. 23 Sekunden langsamer als Jan Ulrich. Als nächstes. Kommt Platz 4. Santiago Botero. Amtierender Zeitfahrweltmeister. Vom Team T-Mobile. Beziehungsweise Telekom. 16 Sekunden langsamer als Jan Ulrich. Jetzt kommt Levi Leibheimer. Platz 3 aktuell. Guter Zeitfahrer. Wie sieht es bei ihm aus? 2 Sekunden nur langsamer als Jan Ulrich. Also Levi Leibheimer. Der sieht hier richtig stark aus. Das ist eine Hammerzeit. Und jetzt kommt Alexandre Vinokurov. Der Kasache. Zur ersten Zwischenzeit. 32 Sekunden langsamer als Jan Ulrich. Also er verliert eine halbe Minute. Bis zur ersten Zwischenzeit. Und jetzt Lance Armstrong als letzter. 13 Sekunden ist er langsamer als Jan Ulrich. So, wir gehen mal wieder nach vorne. Überprüfen die nächste Zwischenzeitwertung. Dort ist Bradley McGee aktuell schnellster. Wie sieht es bei Dennis Menschhoff aus? Gut, der kommt schon langsam Richtung Ziel. Ist aber langsam unterwegs. Heimat Subedir. Gute Zeit. Ordentliche Zeit. 55 Sekunden langsamer als McGee. Wobei ihn das halt mit Sicherheit auch nicht glücklich machen wird. Also Bradley McGee aktuell führender an der zweiten Zwischenzeit. Basso deutlich dahinter. Galdeano deutlich dahinter. Bobby Julik auch dahinter. Deutlich. Fast eine Minute. Christoph Mouroh kommt jetzt zur zweiten Zwischenzeit. Und der ist einfach schnell. Acht Sekunden nur. Sein Rückstand auf Bradley McGee. Das ist schon stark, was Christoph Mouroh hier zeigt. So, jetzt Andreas Klöden. Ja. 1,24 ist sein Rückstand. Jetzt Iban Mayo. Ich suche jetzt mal so ein bisschen ran. Dann kann man sich die Trikots mal genauer anschauen. Dafür ist ja sonst nie Zeit. Iban Mayo aus dem Baskenland. Ist jetzt drin. 1,45 langsamer als Bradley McGee. Also der verliert heute richtig Zeit. Jetzt kommt Francisco Mancebo. Zu dieser Wertung. 1,13 langsamer. Jetzt nur Sal. Wo ist der dritter Platz? Erstmal 14 Sekunden hinter McGee. Dann kommt Team Seiko. Kapitän Giberto Simoni. Ja, der wird hier auch so seine Probleme haben. Denn er ist auch gar nicht mehr so weit weg von Beloki. Muss man mal erschreckend feststellen. Also Joseba Beloki sieht so aus, als würde er ihn gleich überholen. Und das ist natürlich die Höchststrafe, die du haben kannst. Jetzt kommt aber erstmal Simoni rein. Mit 2 Minuten 26 Rückstand. Und Beloki deutlich schneller. 44 Sekunden Rückstand. Jan Ulrich deutlich schneller. 43 Sekunden Vorsprung. Auf Bradley McGee. Und damit neuer Führender an dieser Zwischenzeit. Jetzt kommt Tyler Hamilton. Der wird so langsam auch Bammel kriegen. Was seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung angeht. Äh, seinen fünften Platz, sorry. Denn den verliert er allmählich an Jan Ulrich. 59 Sekunden langsamer. Wie viele Sekunden hat er Vorsprung? In der Gesamtwertung. Das sind 37, 42, wer ich rechnen kann. Botero. Gar nicht mal schlecht unterwegs. Zweiter Platz. Aber 42 Sekunden Rückstand. Also momentan hätte Hamilton seinen fünften Platz verloren. Leibheimer. Sechs Sekunden nur langsamer als Jan Ulrich. Und auch bei Botero wird es eng. Bei Botero wird es auch eng mit seinem vierten Platz. Also Jan Ulrich könnte einen richtigen Sprung in der Gesamtwertung machen. Wo ist jetzt Alexander Vinokorov? Der hält ordentlich dagegen. Eine Minute 17. Ist er aber dennoch langsamer als Jan Ulrich. Und jetzt kommt Lance Armstrong zur zweiten Zwischenzeit. Und ist dort immer noch dritter. 31 Sekunden langsamer als die Konkurrenz. Iban Mayo. Kommt jetzt gleich ins Ziel. Dort haben wir jetzt aktuell. Wir schauen mal. Christoph Murot hat den letzten Abschnitt also für sich genutzt. Fürth momentan. Hat die Bestzeit. Zweiter ist Bradley McGee mit sieben Sekunden Rückstand. Dann David Miller. 40 Sekunden. Victor Hugo Pena. Eine Minute zwei. George Inkepi. Eine Minute drei. Heimat Zubeldia. Eine Minute vier. Bobby Julek. 1,26. Dann Galdeano. 1,42. Salvo Deli. 1,43. Und Vogt. 1,46. Jetzt kommt also Iban Mayo. Schauen wir mal. Was er hier für eine Zeit am Ende hat. 15. Der mit zwei Minuten zwölf Rückstand. Also alles andere als eine gute Platzierung. Er wird heute richtig viel Zeit verlieren. Dann Manzebo. 1,28. Rückstand. Isidro Nozal kommt jetzt ins Ziel. 18 Sekunden langsamer. Nur als Christoph Moron. Jetzt hat Beloki tatsächlich Giberto Simoni einkassiert. Also Simoni kriegt heute eine richtige Klatsche. Und Jan Ulrich kommt hier auch mit rein. Nur mal um es zu verdeutlichen. Nur mal um es zu verdeutlichen. Hier ist Beloki. Hier kommt schon Jan Ulrich. Und hier kommt Simoni. Also die sind alle gleich auf. What the hell. Jan Ulrich mit einer Bombenzeit. Und ich glaube, der gewinnt heute das Zeitfahren deutlich. Anders kann ich mir das ja gar nicht vorstellen. So, jetzt erstmal Beloki. Kommt jetzt rein. 51 Sekunden hinter Christoph Moron. Aber der ist nicht der Maßstab. Denn jetzt kommt Jan Ulrich. Eine Minute fünf. Schneller als Moron. Damit also Beloki zwei Minuten fast. Langsamer als Jan Ulrich. Jetzt Giberto Simoni. Vier Minuten zwölf verliert er auf Ulle. Das ist eine Mordshausnummer, die Jan Ulrich hier abreißt. Mein lieber Mann. Das ist eine richtig, richtig harte Kampfansage von Jan Ulrich. Wie auch schon bei der echten Tour de France 2003. Auch hier. Das könnte der Etappensieg sein. Das müsste der Etappensieg sein. Denn der ist ja wirklich on fire. Ja, Tyler Hamilton wird vierter erstmal. 1.19 hinter Ulrich. Jetzt kommt Santiago Botero. Er wird seinen vierten Platz verlieren. Da bin ich mir sicher. Eine Minute eins verliert er auf Jan Ulrich. Levi Leibheimer. Der ist richtig schnell unterwegs. Und wird am Ende tatsächlich zweiter. Es ist knapp geworden. Sieben Sekunden hat er nur verloren auf Jan Ulrich. Und er ist deutlich schneller unterwegs als Wino Kurov. Aber auch deutlich schneller unterwegs als Lance Armstrong. Also Lance Armstrong zeigt sich hier nicht in seiner absoluten Bestform. So wie wir es auch schon bei der echten Tour de France 2003 erlebt haben. Wino Kurov kommt jetzt ins Ziel. Platz 9. 1.54. Top 10 ist ihm sicher. Jetzt kommt Lance Armstrong. Und der wird dritter am Ende. 44 Sekunden hinter Jan Ulrich. Damit Glückwunsch zum Etappensieg. Jan Ulrich vor Leibheimer und Armstrong. Vierter Botero. Fünfter ein sehr starker Christoph Moreau. Sechster ein sehr starker Bradley McGee. Tyler Hamilton. Siebter. Achter Isidro Nussal. Neunter Miller. Zehnter Wino Kurov. In der Gesamtwertung bleibt damit Lance Armstrong im gelben Trikot. Aber er verliert Zeit auf Levi Leibheimer. Der hat jetzt 21 Sekunden Rückstand. Alexander Wino Kurov hat 1.53 Rückstand. Und bleibt damit auf Platz 3. Aber natürlich hat er unfassbar viel Zeit verloren. Über eine Minute hat er heute auf den Deckel bekommen. Und den Rest der Top 10 sehen wir uns dann gleich an. In aller Ruhe. Didier Ruh verteidigt sein Bergtrikot. Für ihn ging es ja heute mehr oder weniger um nichts. Nur darum anzukommen. Genauso Olaf Pollack. Auch er bleibt also vorne in der Sprintwertung. Nachwuchswertung vielleicht mal kurz gucken. Dennis Menschau verliert ein bisschen Zeit auf Vladimir Karpetz. Der hat jetzt Platz 2 inne. Juan Miguel Mercado hat ordentlich verloren. Ist jetzt Dritter. Samuel Sanchez rückt vor auf Rang 4. Damiano Cunigo fällt zurück auf Rang 5. In diesem Einzelzeitfahren in der Nachwuchswertung. Und in der Teamwertung führt weiterhin das Team Telekom vor Onze. Und jetzt ist Jus Postel wieder Dritter. So. Und jetzt schauen wir uns die Gesamtwertung in aller Ruhe an. Also Jan Ulrich gewinnt die Etappe. Lance Armstrong bleibt im gelben Trikot. Levi Leibheimer jetzt allerdings mit 21 Sekunden. Denkbar knapp dahinter. Vino Kurov bleibt auf Rang 3. Verliert seinen Platz an Leibheimer deutlich. Und hat jetzt natürlich fast 2 Minuten Rückstand auf Armstrong. Das ist heftig. Jan Ulrich ist Vierter mit 2 Minuten 21 Rückstand. Also er hat so um die 40 Sekunden gut gemacht auf Lance Armstrong. Ist damit wieder voll im Rennen. Ebenso sieht es jetzt bei Santiago Botero wieder ganz gut aus. 2 Minuten 40 sein Rückstand. Er ist jetzt Fünfter. Auch Tyler Hamilton ist noch einigermaßen auf Schlagdistanz. Sechster Platz mit 2 Minuten 58 Rückstand. Also knapp 3 Minuten für den US-Boy. Und ab hier können wir, denke ich mal, sicher davon reden, dass der Tour de France siegt. Zumindest in weiter Ferne ist Jose Babeloki. Siebter Platz. Aber 7 Minuten und 11 Sekunden Rückstand auf Armstrong. Ich weiß nicht, wie er die aufholen soll. Isidro Nosal, 8er sein Teamkollege, 7 Minuten 14. Also die sind ungefähr gleich auf. Vielleicht wird das nochmal ein paar taktische Varianten eröffnen. Aber im Endeffekt haben sie einfach richtig viel Rückstand. Und ich denke, der Sieg ist damit unmöglich. 9. Franzisco Mancebo. Er macht den Platz gut in diesem Einzelzeitfahren. Ist jetzt mit 8 Minuten 24. Ja, immer noch sehr weit zurück. Aber was soll's. Christophe Moreau ist jetzt der 9.10 Platzierte. Er ist mit 9 Minuten und 2 Sekunden aber auch schon sehr, sehr weit weg vom gelben Trikot. Ich denke, den Titel des besten Franzosen sollte er jetzt schon so gut wie in der Tasche haben. Denn der zweitbeste Franzose ist David Moncoutier und der ist 27 Minuten zurück. Also gegen den sollte Moreau sich schon durchsetzen können. Iban Mayo ist nach wie vor Elfter. Da hat sich nichts getan. Am Abstand hat sich aber sehr wohl was getan. Denn er hat jetzt 9 Minuten und 23 Sekunden Rückstand auf Lance Armstrong. Ich denke, seine Hoffnung auf den Toursieg und auch aufs Podium kann er begraben. Sein Ziel muss die Top 10 sein. Ganz klar. Andi Klöden. Zwölfter Platz aktuell für den Deutschen mit 9 Minuten 35. Giberto Simoni. Der Saeko-Kapitän verliert heute richtig Boden. Fliegt von Rang. Ich glaube, 8 war er. Auf Rang 13 runter. Fast 10 Minuten Rückstand jetzt für den Italiener. Bobby Julik. 11 Minuten 21. Igor Gonzalez de Galdeano. 15. Mit 11 Minuten 48. Bradley McGee. Wie ich es gesagt habe, zieht vorbei an Ivan Basso. Kann sonst aber keine Plätze gut machen. 16. Platz für den Australier von FD Jeu. 12 Minuten 5. Sein Rückstand dann eben. Wie gesagt, Ivan Basso. Der ist jetzt 17. Mit 13 Minuten 51. Und wir schauen weiter. Floyd Landis. 14, 28. Keddle Evans. 15, 33. Und Jose Azevedo. 15, 47. Auf Platz 21 bleibt Heima Subeldia mit 15 Minuten 50. Salvo Deli. 17 Minuten 13. Dennis Menshoff. Der beste Nachwuchsfahrer. 27. Mit 22 Minuten 52. Rückstand auf Lance Armstrong. Und hier sein größter Widersacher und zugleich Teamkollege. Wladimir Karpels insgesamt 31 Minuten 50. Sein Rückstand. Carlos Sastre auf Platz 38. Sicherlich enttäuscht. 34 Minuten 53. Sein Rückstand. Aber vielleicht wird er ja in Zukunft auf die Bergwertung oder auf Etappensiege gehen. Ja. Ein interessantes Einzelzeitfahren liegt hinter uns. Und es war auf jeden Fall die Kampfansage von zweier Männer. Und zwar einmal von Levi Leibheimer. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und auf der anderen Seite von Jan Ullrich. Der sich wieder so halbwegs zurückmeldet. Ich bin gespannt, was an den Pyrenäen zeigen wird. Und genau da geht es jetzt auch hin. Nächste Etappe. Bergankunft. Wir sind gespannt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritte.